Sie wissen, es ist eine Reise zum Sprechen der absoluten Wahrheit. Immer und jetzt zum Beispiel. Vielleicht das Auto eines Freundes stehen, zu Schrott fahren, ein neues kaufen, zu Schrott fahren, ein neues kaufen, zu Schrott fahren, den Schrott zu Schrott fahren, zu Gott fahren, Ende. Nein, ich will nicht darüber sprechen. Ich will mich nicht ständig erklären. Vor dir nicht, vor meinem Therapeuten nicht, vor meinem Vater nicht. Ich weiß doch selbst am besten, was ich fühle. Muss das doch nicht immer irgendwelchen Männern verständlich machen. Kann ich was von deinen Eltern abhaben? Ich glaube, das kann man nicht teilen.